Hallo und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Post erwarte. Ich ruf's mir mal eben parallel auf. Moment. Ähm, ja. Könnte jeden Moment kommen. Oh mein Gott. Also da müsste ich dann ganz kurz zur Tür laufen. Gucken wir mal. Das kriegen wir zusammen hin. Gut, wir gehen mal Richtung Steuerfels. Also es kann gut sein, wie gesagt, dass ich gleich verschwinde. Ich bin gespannt. Ja, aber letztes Mal leider am Ende die ganzen Maschinenteile. Äh, ich mach mal die Kamera mal an. Leider die ganzen Maschinenteile, die wir so toll verdient haben. Kann ich eins dunkler machen, ja, oder? Ja. Ich glaub, das müsste gehen. Die ganzen tollen Maschinenteile, die wir bekommen haben. Weil wir die ganzen, ihr wisst schon, ne? Und dann noch gestorben und ärgerlich. Das ist die Zusammenfassung. Die unschöne Zusammenfassung. Okay. Ja, da waren wir schon. Okay. Sonnenfall. Wo ist denn Sonnenfall? Hier vielleicht irgendwo? Ganz nette Stürmer. Aber wir haben wieder ein bisschen Heilung beisammen. Das freut mich. Was ist das hier? Ist das ein Beschleuder? Ja, hier ist auf jeden Fall ein automatisiertes Sägewerk. Auch sehr cool. Sieht doch Oseram aus, oder? Wir suchen jetzt diesen Oseram-Hauptmann, der gegen die Verbindung mit den... ...Karj aus Meridian war. Ich bin mir sicher, es gibt genug Arbeit für dich am Schmelzofen. Scheuerfels. Das hier muss Scheuerfels sein. Maratsagent sollte inzwischen am Marktsatz angekommen sein. Boah, wie die alles weggeholzt haben. Ein Oseram weiß sofort wieder, was für außergewöhnliche Fähigkeiten er besitzt, wenn er die Nora herum bastelt. Okay. 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 Sehr interessante Gebäude, oder? Auf jeden Fall deutlich robuster als die klassischen Caraja-Gebäude. Und weniger beschmückt als die Gebäude der... Ach, als die... Deutlich robuster als die Nora-Gebäude. Aber weniger geschmückt als die Caraja-Gebäude. Holz mit Eisen. Sehr interessant. Caraja neben Stein. Nora ausschließlich Stein und Schnur. Tolles Wort, oder? Schnur. Erinnert mich ein bisschen an Markard aus Skyrim. Wobei Markard ja eher aus Stein war und weniger aus Holz. Und wir hier dann doch in den mittleren Bereichen viel Holz haben. Okay. Sehr interessant. Also eine vollständige Caraja-Stadt habe ich jetzt gerade gar nicht erwartet. Ach, Caraja. Orser-Rahm-Stadt. Mensch, was ist los mit mir? Okay. Oh, wir haben hier schon, seht mal da, komplett Holz, ne? Also es ist schon vernietetes Holz. Sehr interessant. So Mittelalter-mäßig. Stein mit Holz. Nora sehr, ja, ich will nicht sagen Steinzeitlich, aber so ein bisschen. Und die Caraja sind so, ja, Maya-mäßig. Ich sag ja, ich kann es nicht genau zuordnen. Erst mal der Händler. Sieht tatsächlich sehr wohlhabend aus. Ja, Sprengschleuder wäre doch schon mal geil, oder? Aber eigentlich bräuchten wir den. Nicht viel geschlafen, die Nacht. Okay. Oh. Wir kommen zur Dysk�ن stove. Wir passen damit, wenn wir uns alle gelungenes. Wir kommen mit... Wir kommen jetzt nochluded ins K cor contemporary. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich versuche gerade ein bisschen Ordnung hier rein zu bekommen und die wesentlich schlechteren zu verkaufen. Okay. Gut, danke schön. Sieht übrigens sehr interessant aus, der Händler. Sehr wohlhabend, schicke Kleidung. Und generell, finde ich, sieht man hier ganz schön den unterschiedlichen Kleidungsstil. Der Kaja, zu den Nora ist klar und auch nochmal zu den Osoram. Die so ein bisschen, ich will nicht sagen osteuropäisch, das wäre Quatsch. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Endlich mal ein nettes Gesicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay. Finde Marats Agenten. Marats Agent kürzlich verstorben. Gute Voraussetzungen. Wo lag die Leiche? Zahlreiche Stichwunden. Aber ganz kurz, guck mal, das Wasser kommt da runter, fließt dann hier lang, fließt in den Brunnen, fließt hier weiter und fließt in den Brunnen. Und so zapfen die sich das Wasser, was da in den Fluss läuft, ab, um hier ihre Brunnen zu füllen. Cool gemacht, oder? So Kleinigkeiten liebe ich ja. Okay. Begutachten. Das ist Marats Agent. Derwald Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Oh. Das wird bestimmt ein großer Kampf. Da stelle ich mich mal drauf ein. Noch eine, noch eine, ein Halt bis zur Zustellung. Wir machen mal trotzdem ganz souverän weiter. Ich mache da nur Pause. Ich werde die Kamera auch wahrscheinlich anlassen. Und dann so hier wegspurten. Das wundert euch gleich nicht. Ganz besonderes Spiel, was heute kommt. Heute Release-Datum. Oh, das wird auch von Wasser angetrieben. Moment mal. Man müsste sich die Orte viel besser ansehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es geht hier rum und hier rum und... Hier, guck mal. Da kommt das Wasser runter. Fließt dann da lang. Nicht ganz so gut dargestellt, aber wir stellen es uns vor. Dann hier lang. Dann hier runter. Hier runter. Cool, oder? Hier lang. Hier lang. Und kurbelt das Rad an. Das ist tatsächlich ja die ganze Magie hinter heutigen Wasserwerken. Die ja genauso funktionieren. Nur, dass man eben statt einem Drehrad Turbinen nimmt. Die ja so aussehen wie in einem Flugzeug so ein bisschen. Aber von der Technik her ähnlich funktionieren. Dynamo und so weiter. Ihr wisst schon. Ganz cool. Sowas liebe ich. So Details. Genau wie Schmiedeisen und sowas. Wenn sowas mit Liebe gemacht wird. Das merkt man direkt. Aber jetzt nochmal. Sind das jetzt Katapulte oder was genau sowas darstellen? Diese Holzdinger. Die denken sich jetzt... Diese Nora mit ihren primitiven Jagdmethoden. Wenn wir wieder mit unserem riesigen Speer so auf den kleinen Fuchs einstechen. Und dann einfach nur so ein... Ja... Fetzen Fleisch überbleibt. Aber ob das jetzt Katapulte sein sollen? Oder Schleudern, ne? Was sind Schleudern? Aber... Halt nicht so richtig, ja? Meine Vermutung ist, dass es Schleudern sind. Vermutlich, Eloi. Warum sind die Dialoge so leise und der Rest des Spiels verhältnismäßig in Ordnung? Warum kann kein Spiel mal eine gute Tonabmischung haben? Ich verstehe es nicht. Klar, noch was. Alle Feinde zusammen da vorne. Hm, da wurde wohl jemand überrascht. Ich verstehe es nicht. Ähm, Moment. Okay. Sehr laut, ne? Yay, Kill geklaut. Sorry. Okay. Noch einer. Oh, no. Oh, no. Das war's für heute. Okay. Gut gerettet, ne? So, was laufen die denn weg? Versteh ich nicht. Die wollen nicht näher kommen. So, irgendetwas haben die Anken. Dann verschwinde ich mal ganz elegant. Was soll das denn jetzt? Wie man wirklich kein... Kein Meter ohne Gegner gehen kann, ne? Das ist schon verrückt. Also das sind Grauharbichte, glaub ich. Und das sind die... Das ist dieser andere riesige Vogel. Das ist ein paar Teile. Ich sehe es. Aber für uns natürlich vollkommen undenkbar, jetzt über aggressiv reinzugehen, das ginge gar nicht. Wobei man dazu sagen muss, wir bekommen natürlich nicht so viel Erfahrung, dadurch, dass wir die Maschinen nie töten, fehlen uns natürlich ein paar Erfahrungspunkte und das ist eine der negativen Aspekte meiner ach so tollen Strategie. Genau wie man durch gelbe Buchstaben durchaus durchgucken kann, oder grüne Buchstaben. Da kommen Sie. Du musst die kaputte Maschine nicht massieren, also kannst du natürlich, aber ich hätte die lieber, die ist funktionstüchtiger. Komm mal her, komm mal her. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Wir müssen eigentlich noch ein paar grauer Wichte töten, oder? Wir müssen das Ganze überprüfen. Ich weiß ja nicht, ob ich noch nicht. Okay, wir müssen das Ganze überprüfen. Okay. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wie es denn das Ganze passiert? Wir müssen das Ganze lösen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, Lagerfeuer und wir sind da. We are there. I can't believe it. Den werden wir nie tot bekommen. Bis zum Ende des Spiels. Am Ende des DLCs. Mit den DLC-Waffen. Dann schaffen wir den. Aber das ist so schlimm. Ich habe richtig Bock auf Skyrim. Weiß aber genau. Sturmvogel. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Weiß aber genau. Da sieht das doch schon in und aus, wenn ich kenne. So oft wie ich das gespielt habe. Aber Skyrim. Das ist doch ein Banditenlager, oder? Das sagt mir nicht, dass die Osseram Bösen wie Banditen leben. Das sagt mir nicht, dass die Osseram Bösen wie Banditen leben. Maschinen. Sie wurden angekettet. Der Wal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er, oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutzer machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay. Wir rücken nach. Let's sneak ins Grenzgebiet. Let's sneak. Kommt, jetzt gucken. Okay. Ist echt laut, der Ton, oder? Ich würde auch gleich... Ich lasse die Kamera mal aus, weil ich ja gleich zur Tür muss, denke ich mal. Gleich jeden Moment. Oh, ich bin so aufgeregt. Live verfolgen. Jetzt sind es noch zwei Zustellstops. Aha. Schuss. 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 Ah. Ihr sollt aber eigentlich, Moment mal, ich lauf jetzt mal hier rein. Ach du Scheiße. Okay, ich hab nicht gedacht, dass wir die einfach mit dem Bogen befreien können. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal ordentlich. Jetzt ist die Heilung wieder weg, ne? Das ist so dumm. Ah ne, sie ist nicht weg, okay. Das heißt, wir machen jetzt einfach nur so. Ja, aber die greifen euch doch an. Hä, aber das soll doch nicht so funktionieren. Warum greift das? Hä? Hä? Also ich hab noch eine Idee. Wir probieren noch eine Sache. So. Geweils Leute, jetzt geht's Jungs. Geweils Leute, jetzt geht's Jungs. Geweils Leute, jetzt geht's Jungs. Geweils Leute, wir lassen die mal kämpfen. Die scheinen ja Spaß zu haben. Was bin ich denn gesehen hier? Das stehe ich hier auch nicht so hundertprozentig. Warum manchmal das Gras halt nicht tarnt, das ist ein bisschen weird, Hauer. Kinda weird, das alles ist so ein bisschen kind of weird. Okay. 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 So sollen wir die Stausständen sich nicht an, hm. Das ist schon okay. Was ist denn los mit dem? Nein, du bist mein, ich bin dein, wir beide sind für immer. Rein! Zack. Alter. Was hält denn der aus, ey? Alle tot außer Ehren. Jetzt darf die Maschine überleben. Bei einer anderen Aufgabe mussten aber auch die Verbündetenmaschinen töten. Das ist ja wieder weird. Finde ich so natürlich viel besser, aber weird. Oh man, okay. Ja, beim dritten Versuch oder so geschafft. Äh, ich beschwär mich nicht. Alles gut. Boom, 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 boom. Das ist alles andere als Schrott. Zünder, zünder, zünder. Ich brauche die ganzen Zünder. Und eine Metallscherbe, das lohnt sich richtig. Dankeschön. Der arme Wächter wurde nicht befreit. Das ist ziemlich selbst. Ey. Ups. Sogar ein Heiltrank. Sehr schön. Warum ist jetzt oben dauernd das Schleich-Symbol, wo ich gar nicht schleiche? Warum bin ich noch in-fight von der Musik her, obwohl ich gar nicht in-fight bin? Ich habe so viele Fragen. So, ich mache mal eine Pause. Die Post kommt gleich. Wartet mal kurz, so muss ich nicht so blöd weg sprinten. Bis gleich. Ah, so, Post war da. Wartet mal. Ah, so. Die Tür wieder. Seid ihr bereit? Könnt ihr es überhaupt erkennen? Trotz des Green Screens. Es ist, es ist Pokémon. Pokémon, Pearl und Diamant mit Plinfa. Da, guckt es euch an. Mit Steelbox sogar. Die coole Vorbesteller-Version. Doppelpack. Für mich und meine Freundin. Jedem. Das eine. Ich weiß schon genau, welches ich nehme. Strahlender Diamant und leuchtende Perle. So geil. Das wird super. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird die nächste Woche meine Beschäftigung sein. Okay. Ich habe übrigens das hier auch noch. Das steht auch noch auf der Liste. So viele Spiele. So wenig Zeit. Aber nächste Woche. Nächste Woche legen wir richtig los. Okay. Entschuldigung. Ich habe noch was bekommen hier. Eine Sispelschutzfolie. Aber das mache ich. Das mache ich gleich. Erstmal machen wir die Aufnahme fertig. Okay. Erster Suchung. Da waren wir stehen geblieben. Mein Gott. Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall von der Architektur her ein Banditenlager. Gemeinsam gepaart mit diesen. Also das hier ist so Banditenlagermäßig. Und das ist Oseram. Wir haben einen Misch aus Banditenlager und Oseram. Das finde ich sehr interessant. Hier zum Beispiel so ein Oseram Schmiede. Aber dennoch diese typischen Farben. Der Banditen. Okay. continues. Megageil. Wir haben die Maschine noch. Supi. Ja, macht mal, ne? Wobei Ehrend den auch ordentlich verprügelt. Geil. Oh, Stöpsel. Oh je, das sind so Trottel. Entschuldigung, das war jetzt gemein, aber ein Zusteller hat mir ein Paket gegeben vom Nachbarn und jetzt habe ich für mein Paket, was er mir gegeben hat, die Benachrichtigung bekommen, dass es dem Nachbarn zugestellt wurde und da steht einfach meine Adresse. Also mein Paket wurde an mich zugestellt und das steht aber beim Nachbarn. Tja. Aber schön, dass wir auch gerade so Ohrstöpsel-Sound haben, oder? Finde ich cool. Ach, du Scheiße. Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hört zu. Derweil plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Havad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kinderreihen mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Er rennt es. Es tut mir leid. Wir müssen Derweil finden. Aber Meridian ist groß. Ich... Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Oh, Mann. Scheiße. Ehrend. Mensch. Unbekannte Materialien. Hochentwickelte Konstruktion. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Bomben. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ich glaube, es funktioniert. So. Jetzt sagt etwas, meine Täufchen. Ich weiß nicht. Was soll ich denn sagen? Was du willst. Ich will nur deine Stimme hören. Und aufbewahren. Ich singe, Papa. La, 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 la. So. Ein Lied und ein Lachen. Sogar besser als Worte. Und ich kann es anhören, wann ich will. Sind wir fertig? Dann ab ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Ist sie weg? Was sollen wir machen? Die Raubzüge kommen Hauptquell immer näher. Wie lange können wir uns noch so verstecken? Ein Andenken an seine Familie. Der Wal hat nichts mehr zu verlieren. Lass mich raten. Sie wurden von den Karajar ermordet. Der Wal's Aufzeichnung? Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Mein treuer Kunde, El und Schmied. Ich hoffe, eure Pläne für eine Schmiede Meridian gehen gut voran. Es ist uns eine Ehre, sie mit der erforderlichen Lohe zu versorgen. Wir haben das Entgelt für die dritte Lieferung erhalten und sind äußerst dankbar für die prompte Bezahlung. Leider haben unsere Jäger Probleme, die Bestellung zu erfüllen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung, aber der Auftrag ist wirklich ungewöhnlich umfangreich. Sobald wir die Lohe haben, werden wir sie wie abgesprochen an euer Lagerhaus ausliefern. Mit größtem Respekt, Gerund, Jagdmeister. Hauptquell Maschinenanfertigung, Clan Charter 17A21. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Lass mich raten, ich kann hier auch wieder mit dem Fotomodus nicht. Doch, hier geht's tatsächlich. Screenshot aufnehmen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Aufgabe abgeschlossen, ins Grenzgebiet. Scheiße. Die Sonne soll sinken. Stufe 18. Das machen wir dann später. Und davor machen wir auch ein paar Nebenaufgaben. Was ist denn hiermit? Abgesehen davon, dass uns der Vogel in Teile zerreißen wird, können wir das machen? Können wir vielleicht mit durchlaufen, schnell die Sonnenblume holen? Die Sonnenblume wollte ich dann sagen. Ah, Sonnenblume. Schöne Vorstellung. Alternativ. Also, wie ist der Plan? Wir werden jetzt nicht mehr alles so lange machen, weil ich auch die Folie drauf machen will. Ähm. Wir würden... Das ist halt die Frage. Normalerweise würde ich die Aufgabe auch gerne machen. Denn das ist immer noch diese Reihe. Das andere mit dem, der Spur der Mutter, würde es ja komplett aus der Story rausreißen. Dann würden wir beim nächsten Mal nach Meridian zurückkehren. Ich hoffe, ihr versteht mein Problem. Ich möchte jetzt nicht mittendrin die Story brechen. Die ganze Ersa... Ich würde jetzt fast sagen Ehren-Story. Sondern die gerne erst zu Ende führen. Wir sind wirklich alle gestorben. Das ist ziemlich traurig. Also die... Oseram-Soldaten von Ehren sind ebenfalls gefallen. Das ist ganz schön. Oh, sehr geil. Meine Autoversicherung kann billiger werden. Es ist erschreckend zu sehen. Das merke ich jetzt gerade. Und das ist echt traurig. Es ist erschreckend zu sehen, dass Versicherungsberater einem wirklich helfen können. Und das habe ich aber auch teilweise aus Erfahrung der Familie heraus nicht so vernommen. Aber wenn dem wirklich so ist, bin ich begeistert. Also ich habe einen sehr, den habe ich vor Jahren kennengelernt. Ich will nicht Versicherungsvertreter sagen, aber ich bin privatversichert. Das kann man ja so sagen. Muss ich berufstechnisch, muss ich privatversichert sein? Daher stellte sich die Frage auch nie. Ähm, und dieser Mensch, den mir die damals, ich sag mal, verkauft hat. Ich weiß nicht. Damals fand ich den nicht so geil irgendwie. Ganz ehrlich. Aber der, weil der aber auch, weil sein Kollege richtig scheiße war. Entschuldigung. Aber er ist echt cool. Ich bin begeistert. Und er scheint auch noch echt, keine Ahnung. Er hat auch so ein paar Sachen gesagt. So, das kann natürlich auch alles Masche sein. Ich weiß es nicht. Aber er ist echt nett. Scheiße, scheiße, scheiße. Einmal sterben. Ach, du Scheiße. Ich bin begeistert. Nice try, aber Ne, da machen wir uns nur die Nerven kaputt Sehr interessanter Kampf Sehr interessanter Kampf, aber Nein Aber nein Nein, 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 nein Ich glaube Es funktioniert So, jetzt Okay, wir müssen aber jetzt nicht alles nochmal machen Ähm, Frage Sollen wir es einfach lassen Und lieber ein paar Grauhabbichte töten Und dann beim anderen Lagerfeuer ausmachen Dann machen wir eine Schnellreise nach Meridian Die Metallblume holen wir uns, wenn wir stark genug sind Auch den Vogel zu besiegen, klingt ja am Plan, oder? Alles andere wäre halb, gar Das muss nicht sein Also, ich bin, ähm Ein sehr Man sagt mir nach, ich sei ein sehr rationaler Mensch Ich bin sehr Emotionslos, nein, das würde ich nicht sagen Ähm, kalt Und wenn ich sage, dass Menschen nicht, dass ich mich gehört habe Bei der Einschätzung eines Menschen Das kommt relativ selten vor Dann ist es schon Aber der ist echt in Ordnung Ich habe das Gefühl, der will mir nichts verkaufen Und das ist merkwürdig Ich vertraue ihm ein bisschen Wenn am Ende des Jahres oder am Ende des Monats weniger Geld abgebucht wird Für die gleiche Versicherung Und ich habe sogar noch einen besseren Schutz Warum macht dieser Mensch das? Klar, ich wechsle zu seiner Versicherung Dann kriegt er Provision, ist mir schon klar Aber Äh Keine Ahnung Ich habe nicht das Gefühl, dass mir, äh Was aufgeschwatzt werden soll Okay Wir könnten die Grauherwicht doch einfach sein lassen Aber ich hätte gerne eine Linse von denen Daher Freien wir es mal Erster Treffer 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 Ha! Ah, immer diese ganze Heilung, die drauf geht, ich weiß ja nicht. Ein Grau hab ich nur. Das ist ja merkwürdig, ne? Oh, es hat sogar noch ein Feuer da oben. Das ist ja merkwürdig. 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 Okay. Das ist ja merkwürdig. 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 Okay, okay. Ich liebe es, wenn die sich symmetrisch bewegen. Also gleich. Oh, das war die falsche. Die auch zu Boden werden muss. Geil. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber... Ich bin nicht sicher. Easy Easy Wo war jetzt die andere Hier ist noch ein blaues Leuchten Sag ich, die gleiche ist weg Hier Keine Ahnung, warum es diesen Weg hier gibt Geht sogar runter Ich habe keine Ahnung Mega geil so ein Gebirge Aber Why Wow Was soll man sonst sagen außer wow Das ist so schön einfach Okay Was ist das hier Ein altes Verlassenes Schmiede Oseram Ding Unter der Klippe Auch sehr schön hier wieder mit dem Balken Der die Klippe stützt Sowas liebe ich ja Da auch noch mehr Balken Sowas finde ich richtig schön So kleine Details Man hätte es einfach weglassen können Das würde keinen interessieren Aber es ist einfach da Das sieht wunderschön aus Dann kommen wir hier das Gebirge runter Okay Ähm Ja dann können wir von mir aus eine Schnellreise machen Wir würden jetzt wirklich zurückgehen nach Meridian Tatsächlich Und dafür würde ich jetzt einfach mal die Schnellreise nutzen Ich hoffe das ist für euch in Ordnung Und würden dann hier tatsächlich Beim nächsten Mal Äh Die Story von Ersa weitermachen Der jetzt tatsächlich verstorbenen Erser Das wäre so mein Angebot an euch Wir machen hier beim nächsten Mal weiter Werden uns dann Ja Das ist ja Hauptstory Und wenn wir das abgeschlossen haben Dann werden wir Bevor wir uns So mit der Story Von der Elisabeth beschäftigen Die so aussieht wie wir Schöpfers Ende glaube ich Müssen wir hin Davor Werden wir uns mit den anderen Aufgaben Hier im Meridian beschäftigen Eins Zwei Drei Vier Fünf Stück sind es Aber ich würde ganz gerne Die Story jetzt echt zu Ende machen Ich hoffe das ist okay für euch Ich hoffe die anderen sind Da nicht viel zu leicht Aber ich finde Die Story gerade So ein Flow Den will ich gern mitnehmen Manuel speichern So Wir machen eine Pause Beim nächsten Mal Starten wir durch Ich freue mich drauf Ähm Horizon Zero Dawn Verpasst das nicht Äh Das wird eine spannende Aufnahme Wenn wir versuchen Den König zu retten Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal